Wenn ich jede Chance habe, wäre ich der Top-Scoreer. Aber ich war es nicht. Trainingscamp geht so weit für euch. Und erzähl uns etwas über die Mood in der Team. Ja, es geht gut. Ich treine gut. Die Mood in der Team ist ziemlich gut. Es gibt einige kleine Probleme, aber es ist alles gut. Ich habe gesehen, dass du deinen rechten Fuß viel trainierst. Ist das ein von deinen Gästen für die nächste Saison, um deinen rechten Fuß zu verbessern? Ja, das ist definitiv das. Ich muss mehr Gäste mit meinem rechten Fuß, mit meinem Kopf und meinem links. Dann können wir sprechen. Es ist unglaublich, dass es noch etwas zu verbessern ist. Du hast alle Stats, die unglaublich sind. Ja, das kann ich alles verbessern. Die Stats, die du letzten Jahr und die Saison hatten, waren unglaublich. Ist das ein bisschen ein Bördchen für die nächste Saison, dass du diese Stats immer wieder zu erreichen musst? Ich meine, wenn du es denkst, kann man es in ein paar unterschiedliche Fälle sehen. Wenn ich alle meine Chancen verletze, die ich verletze. Wenn ich jede Chance verletze, wäre ich der Top-Scoreer. Aber ich war nicht. Und ich verletze viele Chancen verletze. Aber natürlich ist es viel Druck. Und ich muss das behalten. Und ich muss besser entwickeln. Wie ist deine Verbindung mit einem neuen Trainer? Ja, es ist gut. Ich kenne ihn von vorher. Und ich kenne Maric, Zicou und Ivy. Ich kenne sie gut von vorher. Es ist gut so weit. Und er hat gesagt, dass er dich dieses Mal spielen lässt. Ich weiß nicht, ich habe nichts in Salzburg gespielt. Aber wir sehen uns jetzt. Ich hoffe, ich hoffe. Was sind deine Gäste für die nächste Saison mit BVB? Ja, für mich muss ich noch mehr entwickeln. Ich muss mehr Platz auf der BVB auf der BVB. Und ja, wir müssen uns mehr ein stabiler Team sein, wenn man so sagen kann. Wir müssen mehr Gäste gewinnen. Weil wir letztes Jahr gewinnen, natürlich. Aber wir müssen besser als Team werden. Und ich glaube in Marco Rose. Warum? Ja, weil ich ihn in Salzburg hatte. Wenn ihr dann gesehen habt, wie wir dann spielten. Es gab 11 Leute auf der BVB, die sich für einen anderen kämpfen. Das sind meine Impressionen von ihm. Erling, der Cup-Win gegen Leipzig war der erste Titel für Dortmund seit vier Jahren. Was denkst du, dass der Winn die Selbst-Konfidenz von dem Team erhöht? War es ein wichtiges Zeichen, dass wir nicht nur talentiert sind, sondern auch erfolgreich sind? Ja, definitiv. Es war wichtig, dass es ein Trophäe zu gewinnen war. Natürlich wäre es besser, dass Fans mit ihnen mit den Fans zu feiern. Aber das war dann auch so. Es war ein wichtiger Schritt für den Klub, um einen anderen Titel zu bekommen. Und wie wichtig war es für dich, dass du die Titel mit BVB mit BVB gewinnen kannst, für deine Zukunft und für deine Entscheidung, um hier zu bleiben? Ja, ich habe drei Jahre mehr von meinem Kontrakt, also ich habe einen langen Kontrakt. Aber ja, natürlich ist es wichtig. Und das ist das, was ich will. Ich will, die Trophäe zu gewinnen. Natürlich war es wichtig. Du sprachst über die Fans. Wie stark hast du sie? Ja, viel. Vertraue mich, viel. Hey Erling. In der Morgen sah wir dich neben dem Daniel Mahlen. Was denkst du über ihn? Und was sagst du ihm über den Klub? Ja, ich sprach ein bisschen mit ihm. Gestern sprach ich auch mit meinem... Wir haben den gleichen Agenten. Wir sprachen ein bisschen und ich sagte ihm, wie es war. Und ich denke, er ist auf jeden Fall auf die Fans zu spielen. Und ich hoffe, dass er mit mir zusammen mit mir spielen kann. Und du denkst, dass er dich besser macht? Ja, natürlich. Ich sagte ihm, dass er mir viel assistiert hat. Wenn nicht, dann werde ich ihn schade. Also, er muss von der ersten Minute geliefert werden. Erling, natürlich, du hattest eine gute Zeit. Wir sahen dich auf Instagram mit einem verrückten Outfit. Hast du sie gefällt? Ja, natürlich. Danke. Aber sie sind zu spät für mich. Also, ich kann sie nicht tragen. Nun, um ehrlich zu sein. Hast du die Nachbarn gesehen, die TV gesehen, alle Diskussionen über deinem Zukunft, wenn du auf dem Weg bist? Was denkst du davon? Als normaler Person in diesem Weltkrieg, natürlich bekomme ich Dinge mit mir. Aber ja, das ist so. Ich habe wirklich nichts zu sagen. Ich habe drei Jahre mehr auf meinem Kontrakt. Und ich genieße meine Zeit hier. Also, ja, das ist so. Aber wie fühlst du, wenn alle Nachbarn kommen, jeden Tag kommen, und sie werden darüber sprechen, dass Chelsea vielleicht 155 Millionen Euro für dich spenden möchte. Das ist großartig. Natürlich. Es ist nicht so, dass ich Dinge mit mir jeden Tag mitnehme. Vorher sprach ich nicht mit meinem Agenten in einem Monat. Also, ja, ich denke, du hast die Antwort da. Ich bin nicht zu viel über das. Aber ja, das ist wahr. Das ist viel Geld. Also, ich hoffe, dass es nur ein Rundfunk ist. Denn das ist viel Geld für eine Person. Hi, Erling. Obviamente, die BVB-Kater, die BVB-Squadre wird jünger und jünger. Also, da gibt es wieder viele neue, junge Spieler. Was denkst du, dass es deine Rolle um neue Spieler zu kommen? Was ist dein Tipp für junge Spieler, die hier in Dortmund kommen, als du, als du hier sehr jung kamst? Ja, ich habe gerade 21 geworden. Also, wenn du siehst, wie wir jetzt sind, bin ich nicht einer der jüngsten. Aber natürlich ist es für mich, wie ich es gemacht habe, wenn ich hier bin, um zufrieden zu sein, um dich selbst zu sein, von den ersten Minuten zu sein. Das ist sehr wichtig. Und ja, du bist hier für einen Grund. Du bist hier, weil du gut genug bist und so weiter. So, wie Marlen jetzt ist, er ist hier, um eine Unterschiede zu machen. Und so, er muss zu kommen, um eine positive Energie zu bringen und natürlich, um es zu lieben, weil es ist ein großer Klub und du musst es lieben. Elling, der Kollege hat gerade gesagt, dass du ein fantastisches Outfit während der Sommerreise warst. Was bedeutet das für dich? Honestly, nicht so viel. Ich bin sehr neu, also nicht so viel, und das ist wirklich ehrlich. Und warum hast du solche Outfits, wenn es das nicht bedeutet? Weil ich es mag. Alles gut? Danke. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Dein Cousin ist auch scorer, das habe ich gesehen. Habt ihr ihm etwas Text, wenn er ein Goal gespielt hat? Ja, wann war es? Ich glaube, am Saturday, oder dieses Weekend, ein meiner Cousins hat zwei Goale gespielt in der ersten Runde der Kuppe in Norwegen, und am Tag danach, ein anderer Cousin von mir hat ein Goal von Molde gespielt, also es war ein gutes Weekend für die Brautfamilie in Norwegen. Das ist ein großes Thema in jedem Klub, in jeder Gesellschaft. Ist das ein Thema für dich? Ich will nichts darüber sprechen, sorry. Okay. Letzte Frage. Daniel Marlen ist ein sehr anderer Spieler als Jadon Sancho. Ist es möglich, dass du zwei Leute in der Front spielen? Ich hoffe so. Ich habe sie zusammen, wie eine neue Taktik? Ich hoffe so. Okay. Alles gut. Danke. Danke.